Wir sind kompetenter Berater für Wohn- und Arbeitskomfort. Überzeugen Sie sich auf 700 Quadratmetern Ausstellungsfläche von unserem umfangreichen Sortiment an Sonnenschutzsystemen, Terrassen- und Gartenmöbel in hochwertiger Qualität und kompetenter persönlicher Beratung direkt vor Ort. Saalreiche Produkte für jeden Einsatzort und jedes Alter. Robuste Verarbeitung zu fairen Preisen. Kreative Einsatzmöglichkeiten und funktionelles und ansprechendes Design. Wir bieten Ihnen stets aktuellste Kollektionen für Ihren ganz persönlichen Sommerurlaub. Zu jeder Jahreszeit. Terrassendächer aus Holz und Aluminium. Für Ihre Wohlfühloase auch bei schlechtem Wetter. Flexibler Sicht- und Wärmeschutz. Und vollelektronische Sonnen- und Lichtschutzsysteme. Sprechen Sie uns an für eine individuelle Planung. Konstruktion, Einbau, Wartung und Reparatur. Über zwölf Jahre fachliche Kompetenz. Und persönliche Kundenbetreuung. Qualität ist kein Zufall. Qualität ist Planung.